Genau, genau. Also mein erster Gedanke war so, er will nicht, dass wir ihn filmen, dann meinte ich so, oh, we're not filming you oder so. Irgendwie so ein Shit, hab ich gesagt. Ja, ja. Und dann hat er mich aber immer weiter weggedrängt und wurde so richtig aggressiv so irgendwie. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Moin! Was geht ab? Heute ist eine gemütliche Zweier-Folge. Ja, also ich hab mich hier mal richtig schön reingekuschelt, richtig geil hier auf dem Sofa mal zu sitzen, Alter. Ja, Freunde, an unsere Video-Zuschauer, wir haben einen neuen Sessel gekauft. Wir haben uns ja vorher immer oben aus dem Büro den anderen Sessel geborgt. Wir haben uns unseren eigenen. Aber wir dachten eigentlich, dass er denselbe Farbe hat, aber der ist jetzt irgendwie so dunkelgrau geworden. Bro, der ist eine komplett andere Farbe. Der ist nicht mal annähernd. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob das fittet, aber ich glaube schon. Und wir, ja, das ist auch noch ein kleiner Perk da dran. Wir haben zwei bestellt, aber von dem einen waren die Schrauben nicht dabei. Deswegen sitzt Dominik heute auf der Couch. Ich sitze hier gemütlich auf diesem neuen Stuhl. Er ist aber genauso gemütlich wie die anderen, also das ist schon mal gut. Und der ist von XXXLutz in Friedrichshafen. Bruder, ich dachte immer, es heißt XXLutz, aber das heißt XXXLutz, oder? Ja, ich weiß auch nicht genau, warum. Mega dumm. Ne, schau mal, das war früher. Ich weiß nicht genau, was da abging. Aber das war ja irgendwie so eine Company, die haben alle anderen Möbelhäuser so aufgekauft. Zum Beispiel gab es ja auch sowas wie Gamma-Dinger. Und es war dann auf einmal XXL oder XXXL Gamma-Dinger. Und dann haben die irgendwann Lutz gekauft, glaube ich. Und dadurch, dass bei Lutz aber ja auch schon L drin ist, wollten die nicht machen. XXXLutz. Und haben das so rüber, weißt du, XXXLutz rausgemacht. Aber irgendwie gibt es jetzt nur noch diesen Lutz. Und irgendwie kann man da frühstücken. Und das Frühstück sieht geil aus, aber Shoutouts an Julia, die Frühstückerin, Digga. Ja, wir kommen bald. Von TikTok, Digga. Ganz ehrlich, willst du im Podcast kommen? Schreib uns. Ja, Dominik hat vorgeschlagen, dass wir die, falls ihr die nicht kennt, und ich denke, die meisten Leute wissen, worüber wir gerade reden, diese Frau von TikTok, die immer so sagt, Meine Mama. Wir sind gerade lecker frühstücken. Juhu. Meine Mama. Juhu. Mein Schatz. Eine Freundin, die ich gezeigt werden möchte. Und ich. Und ich. Ich bin lecker frühstücken. Im XXL Lutz. In Friedrichshafen. Ja. Lecker, lecker. Diese Frau. Dominik meinte, dass wir die im Podcast einladen sollen. Das wäre so krank. Ja. What imagine, Bro. Aber wir haben tatsächlich den Plan, dass wir die so snipen-mäßig, dass wir so nach Friedrichshafen fahren, uns random einfach, wir müssen eigentlich so für eine Woche so ein Airbnb wiederholen. Man snipe im Sinne von so nicht erschießen, Bro. Oh mein Gott. Ich meine, dass wir hinfahren und versuchen, die zu treffen. Und dass wir, was denn? Du kannst nicht sagen, Mann, ich meine nicht erschießen, ich will die treffen. Mein Ding. Also, dass wir quasi, wir holen uns... Pass auf. Mit einem Blaster markieren tun wir die. Ja, genau. Stell dir vor folgendes Szenario, okay? Wir fahren da hin, Friedrichshafen, wir holen uns für eine Woche in Airbnb und gehen jeden Tag bei XXX Lutz frühstücken und versuchen, diese Frau zu treffen. Jo, das wäre krass. Oder wir schreiben ihr einfach. Ja, okay, gut. Könnten wir auch machen. Das könnten wir auch machen, ja. Aber das andere ist lustiger. Ich wäre eh gerne mal so eine Woche lang Privatdetektiv. Da hatten wir auch mal so eine private Unterhaltung drüber im engeren Kreise. Und ich glaube, ich wäre ein sehr, sehr krasser Privatdetektiv. Nein, nein, nein. Aber mehrere Leute meinten dann auf einmal, dass ich direkt einschlafen würde. Was wirklich völliger Quatsch ist. Weil wenn ich so einen Auftrag habe, jemanden zu mäßig observieren, ich würde mir richtig gemütlich machen im Auto, ja. Aber ich würde schon bei der Sache bleiben. Okay, und alle anderen, die im Raum waren, als wir diese Diskussion hatten, haben gesagt, dass du halt einfach währenddessen einschlafen würdest. Und das ist auch einfach das, was passieren würde, Bro. Als ob ich immer einschlafe überall. Bin ich dafür bekannt? Du würdest dir das dann so richtig gemütlich machen. Du würdest, also erst mal, du wärst ein Detektiv mit einem Mercedes. Ich weiß nicht warum, aber du würdest da in einem Mercedes oder in einem BMW sitzen. Ja. Ja? Ich verlass Paco nicht. Auf ganz gemütlich. Und dann würdest du so dir so eine, Bro, weißt du, du würdest dir da richtig, du musst da so acht Stunden sitzen, ja, bis der jetzt aus deinem Haus kommt oder so. Und du würdest es dir da richtig gemütlich machen. Du hättest da so einen Wasserkocher drin, wie so ein Trucker, weißt du? Mit so einer Kaffeemaschine, Wasserkocher. Wasserkocher? Ja, ja. Warum? Bro, du hast alles, so ein Sandwichmaker da. Dig, I imagine. Es ist voll underrated. Warum kam noch kein Autohersteller auf die Idee, einen Sandwichmaker oder einen Kühlschrank mit einzubauen? Dominik? Stopp. Kühlschrank gab es. Und jetzt komme ich zu dir. Mit einem Modell, das wir alle kennen. Fiat Multipla. Nein. Das hässlichste Auto der Welt. Offiziell, laut Voting. Ihr müsst mir nicht anzeigen. Es ist offiziell. Laut Voting ist das hässlichste Auto. Da gibt es eine Version, dass du vorne entweder, und beide Optionen sind sehr wild, entweder vorne mit drei Sitzen. Digga, das ist so geil. Autos, wo man zu dritt vorne sitzen kann, ist so skatt. Bro, also guck mal, in so einem Sprinter, okay. Aber das war ein Casual-Auto. Da konnte man zu dritt vorne sitzen. Oder du sagst, hey, mach den mittleren Sitz raus, aber mach mal dafür einen Kühlschrank in die Mitte rein. Und ein Kumpel, die Family, hatten das. Wirklich? Und die hatten das Kühlschrank-Modell. Hast du schon mal in einem Fiat Multipla gesessen? Ich saß in einem Multipla, und die hatten einen Kühlschrank drin. No way. Wie groß war der? Der Kühlschrank? Ja. Nein, die Familie, Bro. Das würde mich mega interessieren. Der Multipla. Der Kühlschrank ist so average size von so einer typischen Kühlbox, die man so... Okay. Also da kriegst du schon... Also da passen so die Steaks fürs Grillen rein und ein paar Bierchen oder so. Ja, oder wenn du so eine längere Fahrt hast, kannst du ein paar Getränke reinmachen, dass sie kühl bleiben. Boah, das ist ja übelst krass. Ja, ein paar Sandwiches oder so. Okay, okay. Und wie kalt war der? War der so richtig so Kühlschrank-Kalt oder so Kühlbox? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ich glaube... Nee, der wird... Ich glaube, also das Ding ist halt, wenn du das Auto ausmachst, kühlt der ja obviously nicht, ne? Das heißt, das macht ja wirklich nur Sinn, wenn du eine längere Fahrt hast, so. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, dann wird der schon richtig kalt sein. Ja, aber im Moment halt, du weißt, okay, ich muss eine Stunde zum Grillen fahren. Ja, easy. Oder du fährst halt zum Strand oder so und hast halt Bierchen mit drin. Easy. Oder Getränke. Dann macht der schon kalt. Dann ist schon ein ordentlicher... Okay, Bruder, wenn du dir ein... Okay, du hältst dein jetziges Auto, behältst du komplett so, wie es ist, aber du kannst ein Perk, so Pimp My Ride-mäßig, kannst du so ein Perk mit reinbauen. Was nimmst du? Was brauchst du rein? Easy. Schokobrunn. Nein, oh mein Gott, wie unnötig, Digga. Das ist doch super die Sauerei. Hey, Pimp My Ride-mäßig. Ja, aber mega unnötig. Pimp My Ride hat nur unnötige Sachen gemacht. Nein, also halt... Bro, die haben so Autos gepimpt, wo dann so hinten sieben Bildschirme so reingebaut waren in den Kofferraum. Bro, wir hatten damals in dem Audi von meinem Dad, der hatte hinten so einen CD-Player, der so rausgefahren ist. Boah, das war krass. Und da waren so sechs CDs, die man reinmachen konnte. Das war krass. Und dann konnte man vorne, da war ja nicht so Spotify oder so, war ja nicht so ein Ding, weißt du? Nee, gab's auch gar nicht. Und dann hat man vorne so ausgewählt CD6 und dann hat man hinten im Kofferraum gehört so... Und dann hat der die CD6 reingefahren. Das ist ehrlich krass. Ich glaube, da war der eine der krassesten Autos auf den Straßen. Das war ein heftiges Auto, Digga. Ja, Mann. Nee, also Real Talk als so Perk, Digga, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es würde in Richtung Food gehen bei mir trotzdem. So was wie ein Sandwich-Make oder so, wäre schon krass. Oh mein Gott, Idee. Ja. Guck mal, es gibt eine unnötige Sache in einem Auto. Bremse. Ich würde Handbremse wegmachen. Macht eh keiner. Handbremse raus, Schokobohnen rein. Wir brauchen den Platz. Unnötig, Handbremse unnötig. Es gibt eine Sache in jedem Auto, was absolut keinen Sinn macht und wo noch kein Auto jemals gut genutzt wurde und zwar Handschuhfach. Kein Mensch hat irgendwas Sinnvolles im Handschuhfach. Wow, wow, krass. Und jetzt hören wir zu. Stell dir vor, Handschuhfach ist ein Sandwich-Maker. Du machst es auf und du kannst die Sandwiches reinlegen und du machst das Handschuhfach zu. Und dann tut das so pressen. Ja, genau. Boah. Also quasi wie ein Sandwich-Maker nur umgekehrt, dass du nicht von oben nach unten zumachst, sondern du machst von unten nach oben zu. Boah. Okay, das ist ehrlich brutale Idee. Aber das Ding ist, das ist ja auch dann auch richtig groß. Ja. Und du kannst entweder richtig viele machen oder du machst zwei riesen Sandwiches. Bro, du kannst so richtig beim Bäcker dir ein richtiges Brot holen und so eine komplette große Scheibe einmal komplett toasten da drin. Alter. Ja, und das ist eine kranke Idee. Doch, stell dir vor, das würde auch dieses Problem lösen, was ich immer habe, wenn du so sechs Stunden Auto fährst nach Berlin. Dann ist ja immer so übelst abfuckt, dass man so auf der Autobahn nur irgendwie Burger King und dieses Airways oder wie es heißt, da essen kann. Ja, die ist scheiße. Diese Scheiße da immer. Wo die mit mir ihre Coupon machen. Ja, Bro, immer 70. Das ist immer so übelst der Scam. Toilette kostet 70 Cent und dann musst du 50 Cent, kriegst du so Coupon, Digga. Da wirst du immer um 20 Cent gerippt. Ich weiß noch, wie das früher war, da hat Toilette 50 Cent gekostet. Und du hast 50 Cent Coupon bekommen. Ja, und jetzt diese 70 Cent, aber zum Glück machen die es jetzt auch, dass man mit Karte zahlen kann. Weil das finde ich den übelsten Stress, wenn man mit Münzen auf einmal ankommen muss, ist ja gar Quatsch. Ich habe auch noch, wo wir bei Erfindungen sind, ich habe auch eine Erfindung, die ich schon seit langer Zeit mit mir rumtrage. Und ich glaube, der Use Case ist gar nicht mal so gering und ich glaube, er könnte auch Menschenleben retten, die Erfindung. Okay? Okay, jetzt bin ich gespannt. Nein, auf ehrlich, okay? Ein Feature, also ich würde das so ein bisschen in WhatsApp reinkuppeln, aber könnte auch so ein iOS-Ding oder so sein. Ein Feature, dass wenn dir jemand einen langen Text schickt in WhatsApp, dass du dir den vorlesen lassen kannst. Oh mein Gott, das hast du schon mal erwähnt, ja. Ja, nee, aber hör zu. Dass du den vorlesen lassen kannst. Weil was passiert? Du bist auf einer Autofahrt und es gibt irgendwas mega Wichtiges, Digga. Neue Edeltalk-Folge muss rauskommen, ja? Ja, das heißt, wir schreiben irgendwas in der Gruppe, Titelblatt, du musst es jetzt lesen, ja? Du kannst nicht rausfahren. Ich als normaler Bürger kann natürlich nicht aufs Handy dann normalerweise schauen. Ist gefährlich und illegal. Aber stell dir vor, es gäbe einen Button. Am besten noch in Apple CarPlay, wo du einfach dann, du kannst drücken, wenn die Nachricht reinkommt und er liest dir einfach das Vorwasser geschrieben ist. Hä, das gibt's doch, aber... Wie denn? Also ich hab sowas auf meinen Kopfhörern, das hab ich nicht eingestellt, aber das war irgendwann dabei. Immer wenn ich joggen gehe... Ja, stimmt, das gibt's wirklich schon. Dominik Rätsmann hat geschrieben. Stimmt. Äh, hallo, wie geht's dir? Und dann geht dein Song kurz aus oder leise und dann geht weiter. Okay, okay. Das ist einfach, ist das doch, oder? Das gibt's wirklich schon, das ist mir gerade eingefallen. Das ist ein Feature, was ich schriebe. Wenn man schnell genug draufdrückt, liest die einem das vor, das stimmt. Ja. Aber was zum Beispiel auch stressig ist, wenn eine Sprachnachricht kommt, spielt die nicht die Sprachnachricht im Auto ab, sondern die sagt nur, äh, Kevin hat gesagt, Sprachnachricht. Ja, oh mein Gott, so abfahrtisch. Okay, aber dann, ich kuppel noch eine Erfindung, die dann noch da dranhackt. Und zwar, wir kennen das alle, du bist gerade in einer Situation, wo zum Beispiel auf Arbeit in einem Wartezimmer, bla bla, in einer Besprechung oder sowas, du kannst gerade kein Memo hören. Warum gibt's kein Feature? Weil die KI haben wir schon lange. Das gibt's seit 20 Jahren, Sachen, die von Audio auf Schrift gehen kann. Du meinst quasi, dass dann, dass du hast dann zwei Minuten, ja? Genau. Warum haben wir nicht, dass eine Sprachnachricht in Text umgewandelt werden kann? Bro, bei TikTok ist es inzwischen ein normales Feature. Jedes einzelne TikTok hat eine Autotexterkennung, immer unten links, immer. Das kannst du gar nicht mehr ausschalten. So, warum haben wir das nicht? Ich sitze in der Besprechung, ich kann jetzt nicht mein Handy, warte mal kurz, Bruder, den hat Sprachnachricht gemacht, hörst du so oder was, so auf den? Dominik Abi hat Sprachnotiz gemacht, ich muss kurz angehen. Warte kurz. Warum geht's das nicht, Bro? Das wäre eine krasse Erfindung. Das wäre eine ehrliche Erfindung. Macht das bitte mal, ja. Boah, ich finde, wir sollten eine Kategorie machen, beste Erfindungen von Zuschauern. Wir werden die auch nicht rippen und selber rausbringen. Schreibt in die Kommentare, was ihr eine geile Erfindung findet und was ihr in euer Auto bauen würdet, in die YouTube-Kommentare. Dann lesen wir das mal in der nächsten oder übernächsten Folge vor. Wir könnten sowas machen, wie so in den USA, in so Highschool-Filmen gibt es immer so einen Science-Tag, wo du so ein ganzes Jahr Zeit hast und dann dürfen die so ihre Projekte präsentieren. Boah. Und wir könnten doch so machen, so Zuschauer überlegen, haben irgendwelche Projekte, zum Beispiel einer sagt, ey, ich öffne hier gerade eine Fahrradwerkstatt oder ey, ich mach dies und das und das krasse Projekt kriegt von uns ein Funding. Kriegt so 100 Euro. Du meinst quasi so wie Hülle der Löwen, aber die Budget-Version so, jo, wir würden 50% deiner Company nehmen für 600 Euro. Ey, lass wirklich mal sowas machen. War das ja ehrlich krass. Hülle der Edlen. Das ist mega wack. Edlen der Löwen. Ja, auf jeden Fall Erfindungen in die Kommentare. An dem Namen arbeiten wir noch, ist Arbeitstitel. Arbeitstitel. Ist Arbeitstitel, aber sowas fände ich übelst geil. Ich wollte immer bei sowas dabei sein. Boah, wie kann man so genüsslich trinken, Digga? Holy shit. Ey, es ist Sonntagmorgen, Bruder. Mir geht's nicht so gut. Oh, herrlich. Zeig dir ehrlich, wie es ist. Herrlich. Was hast du erlebt die letzten Tage? Ach, scheiße, der Deckel ist runter. Ey, die letzten Tage waren sehr, sehr ereignisreich. Ich hatte Geburtstag unter anderem. Mhm. Da muss man normal immer sagen, alles Gute nachträglich, Bruder. Ich war dabei, Bro. Ja, aber muss man trotzdem immer sagen. Ah, ja? Wenn einer sagt, ich hatte Geburtstag, muss ich immer sagen, ah, nochmal alles Gute. Boah, alles Gute nachträglich zu sagen, ist immer richtig low. Das ist immer so, hm, ich hasse das. Ich hasse es, Geburtstage zu vergessen, aber ich vergesse oft Geburtstage. Same. Das ist leider ein Problem, wenn man so dumm ist wie wir, dass man sich nichts merken kann. Ich verstehe nicht so, ich kenne voll viele Leute, die haben so von allen ihren Freunden, so, das Ding ist, das ist ja eigentlich voll smart, du musst ja nur einmal hingehen, so angenommen, du sagst mir jetzt, okay, du hast am 4. November Geburtstag. Wow, stark. Dann, war das der 4. November? Ja, okay. Dann musst du nur einmal hingehen, dann musst du nur einmal hingehen und das eintragen und dann immer so einstellen, dass es jedes Jahr da steht. Ja. Und boom, du hast diesen einen Friend für immer für Lifetime in deinem Kalender. Ja. Und dann kriegst du ja immer diese Benachrichtigungen von deinem Handy. Digga, aber das mach ich einfach nicht. Machst du nicht? Nein. Auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man hat doch voll oft diesen Fall, dass jemand schreibt dir, ey, der und der hat Geburtstag, gratulier dir mal. Und dann sag ich so, ah, danke fürs Erinnern, gratulier dem und dann geh ich eigentlich immer direkt in den Kontakt und versuch's einzuspeichern. Nee, nee. Ich vergesse es trotzdem voll oft. Und dann ist es so ein unangenehm, alles Gute, nachträglich Ding, so einen Tag später oder sowas, wenn man sieht, dass die Person auf so halt Insta oder so postet, dass sie feiern war oder dass Leute gratulieren. Immer so dieses, jemand hat so gepostet, danke für alle Glückwünsche und dann ist halt so so, Ey, yo, ich war gestern übelst beschäftigt, Digga. Aber nochmal alles Gute, Digga. Immer, immer, immer. Ich hoffe, du hast richtig geil gefeiert. Digga, hol mal bald nach, gell, dann gehen wir auch mal eintrinken, wir zwar, ja, ja, klar, hol mal nach auf jeden Fall. Geil ist auch, boah, das ist immer richtig low. Kennst du diese Leute, wo man so alles Gute zum Geburtstag schreibt und dann guckt man so in den WhatsApp-Chat und so, no joke, so zwei vorher ist so frohe Weihnachten und zwei weitere hoch ist dann so alles Gute zum Geburtstag wieder und du denkst so, Digga, warum gratulier ich den Typ überhaupt, Alter, wir schreiben nie, der juckt mich doch überhaupt nicht. Das war auch so geil, ich hab ungelogen, was haben wir jetzt für einen Monat, November, ich hab ungelogen gestern Sascha, ne, unsympathisch Sascha, was geschrieben auf WhatsApp, weil ich was wissen musste von ihm und ich geh's in diesen Chat rein und ungelogen, die Nachricht, die da vor Ort war, war von mir frohe Weihnachten und nicht mal geantwortet. Und das ist, das ist, das ist, das ist ein richtiger, wirklich, muss ich sagen, das ist ein richtiger, ja, Bro, da wirst du gehambelt, wenn du, wenn du ein Double-Text machst, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, Bruder. Ich so frohe Weihnachten, er antwortet mich und dann so, ey, Bro, ich wollte mal kurz fragen, wie ist es so und so mit diesem? Also, peinlich. Ja, auf jeden Fall, ich hatte Geburtstag und, boah, kann ich richtig ein bisschen erzählen, jetzt war eine richtig schöne Sache. Erstmal ausgeschlafen an dem Tag, ne, richtig so gemütlich, kein Wecker gestellt, wie herrlich, wie geil ist es? Kein Wecker zu stellen. Wann hast du das letzte Mal kein Wecker gestellt? Heute. Schön auf den Sonntag hast du ausgeschlafen. Ja, ich hab, mein Trainer meinte, wir machen heute kein Training, du musst nur sieben Kilometer joggen. Ah ja, dann ist ja nix. Aber hab ich noch nicht gemacht. Musst du das noch machen? Krieg ich noch hin. Ja. Ist ja nur sieben Kilometer wahr. Ja, krieg ich noch hin. Ist ja noch Zeit, wenn wir jetzt gerade, wie so zwölf, dreizehn Uhr, deswegen ist ja easy, mach ich nachher noch. Was wollte ich sagen, Bro? Wecker. Genau, ja, hab ich heute nicht gemacht. Okay. Aber beste, Digga, das ist das beste Gefühl. Ja, weil sonst... Ich liebe das. Sonst hab ich wirklich immer so Shame-Wecker, so, es ist drei Uhr, ich lieg, ich weiß, und ich stell den Wecker auf so acht Uhr dreißig, ich weiß, Bruder, weder dieser Wecker noch ich glaub da dran, dass irgendwas um acht Uhr dreißig geschehen wird. Weißt du, was? Weißt du, was? Außer der Snooze-Button, Digga. Und der Snooze-Button, wenn ich das Eischel, der iPhone sagt schon so, guck mal, der Hurensohn wieder macht wieder eine Stunde Wecker. Wecker, ich werd wieder klingeln, umsonst Energie verschwenden. Weißt du, der iPhone, die Nassau-Wecker, diese Anstrengung, weil mein iPhone klingelt. Das iPhone will selber weiterschlafen, der hat auch keinen Bock. Guck mal, ich bin ja so jemand, bei mir muss so anderthalb Stunden Wecker klingeln, dass ich dann irgendwann aufwache, weil ich bin gestört. Boah, Digga, ich weiß doch, wo wir auf Greta in einem Zimmer geschlafen haben oder in einem so einem... Ja, du hast vor dem Backofen geschlafen, Bruder. So geil, stimmt. Du hast auf einem Doppelbett gepennt. Ich hab in dem richtigen Zimmer in einem Bett gepennt. Genau, und ich hab in der Küche auf dem Klappbett geschlafen. Auf dem Klappbett. Auf einem Notfallbett. Und dann das Beste war, Digga, die eine Nacht, das war übelst unbequem, ich hab schon immer richtig scheiße geschlafen und die eine Nacht sind doch so AK-47-Schüsse im Nebendorf geflogen. Bro, da wurde geschossen, ja. Oh mein Gott. Und ich weiß auch noch, was auch in derselben Woche passiert ist. Ich hab ja geschlafen halt in diesem Raum und da war auch so ein Tisch, wo wir so gearbeitet haben. Ehe auch geil, ja. Da standen auch, also so ein bisschen, da standen halt auch unsere Laptops. Ja. Und mein Laptop ist halt so einer, der so, der so wirklich nach Gaming schreit und der hat immer so, wenn der neu startet, macht der immer so einen Katana-Sound. Immer dieses... Als würde so jemand so einen Katana irgendwo durchgehen. Warum? Oh, ich weiß es nicht, Digga. Und manchmal hat der, also der hat anscheinend, als ich schlafen gegangen bin, ein Update gemacht, was halt so übelst lange gedauert hat und dann bin ich eingeschlafen und no joke, ich war so gerade in dieser Schlafphase, komm, hör ich dieses Katana und ich denk so, weil das war kurz nach den Schüssen, ich dachte so, okay, jetzt kommen die mit Katana rein, Bro. Ich dachte, jetzt werden wir aufgeschlitzt. Bro. Ey, diese Schüsse waren anders eklig. Und dann am letzten Tag. Boah. Trass. Dann am letzten Tag, ich weiß noch, wir mussten richtig früh los, das war so richtig dumm früh, so 7.30 Uhr oder so. Wir haben wieder Quatsch gebucht. Richtig, ja, richtig Quatsch gebucht. Und wir mussten so richtig früh los und Digga, also wirklich, no joke, 30 Minuten gegen dieser Wecker. Ich hab den so ab Minuten, aber das Ding ist, ich hab ja nicht mal selber einen Wecker gestellt und du hast da hingestellt, du warst im Nebenzimmer mit Tür zu, ich hab den Wecker direkt gehört und dann dachte ich so, ja, okay, er wird den ja gleich hören, als ob der den jetzt nicht hört, so. Und du hast ihn einfach nicht gehört, du hast ihn bis zum Ende auch nicht gehört, ich musste dich wecken. Ja, ja. Das ist so crazy. Ja, ich weiß auch nicht, Mann, was das ist. Das ist schon mein ganzes Leben lang irgendwie so. Oder schon so die letzten locker 15 Jahre, keine Ahnung, Mann. Ich bin jetzt aber bald auch im Schlaflabor nochmal, aber ich glaube, mein Schlaf ist abgefuckt, Bro. Real talk. Auch so dieses Schlafapnoe-Ding und so hab ich wahrscheinlich, muss wahrscheinlich mit so einer Maske pennen. Naja. Gut. Wie auch immer. Aber da, wo in Kreta hast du vor diesem Backofen gepennt, das ist nämlich ein Detail, was ich nicht vergessen hab. Und abgesehen davon, dass es, glaube ich, sehr unbequem war für dich, so, war in diesem Backofen seit dem ersten Abend, da kommt nicht was, Achtung, Achtung. Stimmt, stimmt. Wir hatten so ein Willkommenessen bekommen von unseren, von den Gastgebern. Voll nett. Erster Abend, wir kamen so an, saßen da alle so am Tisch, die haben für uns so ein bisschen gekocht. Und da waren halt Sachen übrig davon. Auch so ein bisschen, war es so Lammfleisch oder so? Ja, es war auf jeden Fall sehr viel Fleisch. Also ob es jetzt Rindlamm oder so, weiß ich nicht mehr. Irgendwie so ein Fleisch war auf jeden Fall noch übrig. Und da meinten die halt, hey, wir haben es für euch in den Backofen getan, so, das ist frisch, dass ihr es noch essen könnt dann. Wo ich auch denke, Bruder, tut doch in den Kühlschrank. Wer tut das denn in den Backofen? Ja, mega straight. Also, ist ja eigentlich falsche Logik so. Aber ich glaube, die dachten so, ey, das Essen, was wir gekocht haben, war so geil. Die essen so. Wir werden das nächsten Tag so direkt aufwärmen. Und dann nehmen wir denen noch so diesen Schritt ab, das aus dem Kühlschrank rauszumachen. Ja, ja, ja. Und jetzt ist der Twist aber, wir haben es bis zum letzten Tag nicht gegessen. Nicht gegessen. Weil wir keinen Hunger darauf hatten. Und dann kam aber der letzte Tag und wir mussten halt das natürlich sauber machen. Und das weiß ich noch, das war ein ganz wilder Moment, als wir das aufgemacht haben. Und dann mit so Mülltüten bewaffnet, die das Lamm da rauskacke. Das war ganz, ganz krass. Waren da nicht sogar noch so Würmer irgendwie von draußen reingekrochen? Bro, da kam alles rein. Es war auch mal eine Katze in unserem Apartment drin, glaube ich. Ja, stimmt. Yo. Ey, wenn ihr nochmal diese Folge nachhören wollt, das können wir jetzt nicht nochmal alles erzählen mit den Schüssen und so. Aber genial. Checkt nochmal nach, das muss Sommer letztes Jahr gewesen sein. Ja, hört einfach alle Folgen vom Sommer letzten Jahres. Da kommt irgendwo die. Irgendwo ist die. Das war ehrlich krass. Genau, auf jeden Fall Geburtstag. Kein Wecker gestellt erst mal an dem Tag, daher kamen wir. Und dann wurde ich, Digga, oh das war, muss ich sagen, eine Herrlichkeit. Dann wurde ich geweckt am Bett von meiner Freundin mit einem Tablett. Da stand ein Kuchen drauf, mit Kerzen sogar angestellt. Ich dachte so. Was für ein Kuchen? Karottenkuchen. Carot Cake. Den, den wir gerade gegessen haben? Richtig, noch die Reste, ja. War das der? Genau, der ist jetzt schon, wir haben den so in Kühlschrank mäßig, dann hält der auch noch ein paar Tage so. Das ist aber krass, Digga. Weil das Ding war halt, also es kam dieser Kuchen, dann kam ein paar Geschenke, sehr, sehr süß. Aber das Ding war, dann ging eigentlich schon der erste Programmpunkt los, weil für mich wurde so der Tag so geplant von ihr. Und ich wurde so überrascht mäßig. Was auch geil war, ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass es jemand für mich gemacht hat. Sonst habe ich das halt immer nur organisiert, weißt du? Für so Freundinnen und so Shit. So immer so, ja dann fahren wir da hin, dann machen wir das. Und dann war sie aber nicht zufrieden und du hast die falsche Kette am Ende noch gekauft. Ja gut, das war ganz früher, das war ganz schlimm. Aber auch so, habe ich so nachgedacht, Bruder, ich muss ehrlich sagen, ich war richtig gerührt, dass das so für mich war. War ehrlich richtig gerührt, was ich da saß. Und dann sind wir brunchen gegangen in so einem krassen Dings, in so einem krassen Restaurant, wo man so auf drei Gänge Basis so geile Frühstückssachen sich rauslassen kann. Das war sehr, sehr lecker. Und dann aber eigentlich das Highlight war so ein Private Spa, wo wir hingefahren sind. Bravo! Ihr habt vielleicht in meiner Insta-Story gesehen, falls nicht, müsst ihr mal reinfolgen. In Oberhausen, Pure Spa, man kann ja sagen. Kann man sagen, ja. Kann man sagen, jetzt nicht gesponsert oder so. Da kommst du ran, es ist im Grunde genommen wie ein Bordell, würde ich sagen, vom Aufbau her. Natürlich. Der ganze Vibe ist Bordell. Wirklich? Ja, ja. Weil du hast diese Zimmer und so die Damen am Empfang. Es wirkt alles sehr so ein Stundenhotel. Es sind dann nur so Apartments quasi, wo so Whirlpools und so drin sind. Genau. Und ganz viele Zimmer halt, die sind auch immer krass ausgebucht und so. Und dann kommst du halt hin, dann kannst du dir erstmal deinen Geruch auswählen für deine Sauna. Das ist schon sehr stark. Da gibt es so zehn verschiedene. Bevor du reingehst? Genau. Da haben die so kleine Riechdinger, weißt du. Da kannst du sagen, finnische Tanne, Orange, so verschiedene Sachen, Eukalyptus. Und wir haben so irgendwas finnisches genommen. Und so finnische Tanne. Die finnische Kaktusfeige. So ein Shisha-Tabak. Machst du mir Traube Minze rein, Bruder. Und dann fühlt die dich da in dein Apartment, Bruder. Und das ist krass. Ein Whirlpool. Krasse Dusche. Regendusche. Nebeldusche. Keine Ahnung, was da los war. Haben wir auch, glaube ich, nie benutzt. Aber die kann theoretisch nebeln. Sauna, eigene Sauna. Und auch so ein eigenes Liegebett, wo safe die ganze Zeit nur gebumst wird. Kennst du so Versager, die in so Spas nie in diese normale Sauna gehen, sondern immer nur in diese Bio-Sauna, die legit so 60 Grad ist? Digga, da kannst du dich auch im Sommerurlaub einfach auf die Liege legen, Digga. Das hat gar keinen Sinn. Da kannst du dich auch einfach in deine Wohnung setzen und Heizung aufdrehen. Verstehst du, wie ich meine? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum gehst du dann in den Spa, Bro, wenn du dann in diese 60 Grad Bio-Sauna gehst? Ist Bio-Sauna nur 60 Grad wirklich? Ja, irgendwie so. Ja? Meine Mom macht das immer. Also ich beschreibe basically meine Mom gerade. Oh shit, wirklich? Liebe Grüße. Aber warum geht es dir nicht in die Hardcore? I don't know, man. Ich weiß nicht. Als Kind hatte ich auch immer richtig Stress mit Sauna. Weil du hast ja erst dieses Gefühl, dass du nicht richtig atmen kannst. Der erste Reflex ist ja kurz dieses, es brennt so ein bisschen in der Nase. Wenn man es nicht kennt, denkt man, der Instinkt ist so, oh shit, ich kann nicht atmen. Und dann will man so raus. Als Kind habe ich das richtig krass gestresst, aber inzwischen enjoy ich es sehr. Und wenn du halt eine Sauna nur für dich zu zweit hast, ist er noch viel chilliger. Du kannst so lange drin bleiben, du kannst dich auch hinlegen. Keiner versperrt dir den Platz, wie wenn du sonst in der Sauna bist. Nein, wir haben nicht in der Sauna gefuckt. Ich sehe doch, wie du das in dein Scheiß Kopf den ganzen überlegst. Nee, ich habe was anderes. Okay, was? Es ist auch sexuell, aber da komme ich gleich zu. Ja, auf jeden Fall, man kann liegen. Du kannst selber deinen Aufguss machen. Boah, das ist das beste Schiff. Und dann schön mit dem Handtuch, Junge, den Bademeister, Mann. Und immer diesen, wo man das so zusammen macht und dann so mit einem Schlag so. Ja. Und dann muss immer die andere Person sagen, ah, das brennt, ah. Und dann muss man immer so rumheulen, so lowkey auch. Und dann muss der Bademeister, der in den Bademeister spielt, sagen, nee, das muss so. Das muss so, das ist Pien. Der ist auch immer Berliner einfach. Ey, das mit dem Handtuch habe ich leider vergessen, die Opportunity, das zu machen. Bro, das habe ich immer, ich liebe das. Nee, ich habe einfach Aufguss gemacht und mich direkt wieder hingelegt. Nein, oh mein Gott, wie verschwendet. Nein, Entspannung halt. Nee, verschwendet. Ich konnte noch nie in der Sauna richtig liegen, weil egal, wo wir waren, waren es dann immer so viele Leute, dass du nur sitzen kannst. Krass, okay. Das ist stressig. Die Sauna-Story, die ich erzählen wollte, die ich hier noch kurz einschieben wollte. Es gibt, also man muss dazu sagen, als kleine Story, ich bin wirklich schon sehr, sehr früh das erste Mal in die Sauna gegangen mit meinem Kindergarten-besten Homie Christian. Wir sind immer mit ihm und seinem Dad sind wir immer ins Wildorado gegangen. In Wildo, Digga, Beste. Boah, das ist so geil, weil bei uns gab es auch eins, das heißt Fildorado. Ah, okay. In Filderstadt. Okay, okay, krass. Ich glaube, diesen Trick haben noch mehr Städte benutzt. Ja, wir heißen Wildo und irgendwie ist es spaßig. Wildorado, los. Komm, mach. Nee, war sehr geil da auf jeden Fall und irgendwann haben die halt so einen geilen Spa-Bereich da geedit und dann waren wir halt übelst oft da, so schon mit neun oder so, zehn irgendwie so. Krass. Und dann kamen wir aber irgendwann in die Schule und irgendwann dann halt auch in die weiterführenden Schule. Ja, aber doch mit neun bist du schon in der Schule. Ja, also ich meine, irgendwann kamen wir dann aufs Gymnasium bei FD. Achso, okay. Und da hatten wir eine Physik- und Informatiklehrerin. Oh. Ich sag jetzt nicht ihren vollen Namen, aber ich sag mal, wir nennen sie mal Frau Novo. Heißt sie actually Novo einfach? Ja, aber es geht noch ein bisschen weiter. Es sind nur die ersten Fibroschreiben. Die Leute, die auf meiner Schule waren, die wissen, wen ich meine. Und auf jeden Fall, die war für sehr viele legendäre Storys bekannt. Einmal diese eine Story, die ich mal erzählt habe, wo die da so wirklich von oben, von der dritten Etage bis in die zweite Etage runtergeflogen ist. Das ist diese komplette Treppe, Digga. Und die war halt auch so ein bisschen übergewichtig. Oh nein. Und dann war, es war einfach nur geil, weil die ganze Klasse hat unten an der Treppe gewartet, weil da der Eingang zum Informatikraum war. Und sie ist wirklich von oben bis unten runtergeflogen. Dann gab es eine legendäre Story. Dann gab es eine legendäre Story. Da war die Sommerferien vorbei. Sie hatte Physikunterricht und hat sich so mit einer Pobacke auf so einen Tisch gesetzt. Und der Tisch ist durchgebrochen, Digga. Und dann meinte die so, oh, da hat Frau Novo wohl in den Sommerferien ein bisschen zugenommen. Oh nein. Ja, aber die war hier jetzt korrekt. Auf jeden Fall, mein bester Homie ist einmal ohne mich gegangen, Digga, mit seinem Vater zusammen. In die Sauna. In die Sauna, Bro. Er setzt dich rein. Ne, du bist, also, ich weiß, bei euch ist es irgendwie so ein Ding, dass man mit Badehose geht. Wir sind immer komplett nackt gegangen, auch schon als Kinder. Möchte ich von mir weisen. Okay, also, ich weiß, dass es in manchen Bundesländern so ein Ding ist, dass man immer mit Badehose oder Bikini geht. In einem Schwimmbad halt. Ja, ich kenne das nicht. Fade ist es so ein DDR-Osten-Ding oder so. Bei uns darf man keine Klamotten in der Sauna tragen. Okay. Es ist legit verboten. Okay. Und die maulen dich da auch an, wenn du da Klamotten trägst. Okay. Und deswegen auch als Kind war er immer komplett nackt da. Und, ähm, Digga, der sitzt dann keine fünf Minuten drin. Kommt da Frau Novo reingesteppt. Komplett nackt, Digga. Nackt. Aber war geil? Nein, Digga, hä? Kann doch sein. Nee, ich glaube, das war echt so ein bisschen traumamäßig. Weißt du, guck mal, du bist ja so als Kind. Ist er schwul jetzt? Ja, I don't know. Du bist ja so. I don't know, was? Was, wie, als schwul? Ist er schwul? Nein. Achso, nein. Trauma. Ist er schwul jetzt? I don't know. Melde dich. Wie hast du es verkraftet, Bruder? Seitdem liebe ich nur noch Männer. Oh mein Gott, nee, ich glaube, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber, weißt du, in dem Alter denkst du auch so, Lehrer wohnen in der Schule und haben kein Privatleben, weißt du? Jo. Da ist es schon so krass, wenn du die so im Rewe siehst und dann denkst du so, what the fuck? Aber wenn du die dann in der Sauna siehst, Digga, komplett nackt. Eins zu viel. Weißt du, dann auch noch so, wie Flying Uwe sagen würde, ein Titt war so ein Körper. Bro, was machst du? Hat die große Titten? Ja, ich denke schon. Hat er erzählt? Ja, wir haben da jetzt nicht so genau drüber gesprochen, Digga. Das ist schade. Viele Details hast du da nicht nachgefragt. Das ist so weird, Bro. Ich habe nämlich auch so einen Moment gehabt. The fat guy is not showing respect, by the way. Ich zeige schon wieder meine Fußsohle zu Kevin. Das war ein Kommentar unter dem Cello Abdi-Video. Weil anscheinend ist es großer Disrespect, wenn man seine Fußsohle jemand anderem zeigt. Also in dem Sinne, Freunde hier gehört durch, ne? Jemand hat auf Englisch geschrieben, the fat guy is showing no respect. Yeah, the fat guy has no respect for Cello. Because he should know that you do not point your foot at someone. Herrlich, Digga. Ich hatte auch so einen Moment, da war ich mit meinem Homie, meinem Kindergarten-Homie, aber es war nicht mit meinem Kindergarten, es war schon so. Ich war mit dem zusammen auch im Gymnasium dann auch. Wir waren so bei dem zu Hause, haben so gechillt, so am PC, irgendwas zu zocken. Der war immer Klassiker. Man ist bei jemandem zu Hause, man zockt, er sitzt da, du sitzt beim Stuhl so daneben. So guckst du zu, Digga. So geile Zeiten, Mann. So Stronghold und so, haben wir immer gezockt, ey. Digga, einfach Singleplayer-Spiel zu zweit spielen, ist so underrated. Ja, man sitzt da und man, und dann, keine Ahnung, guck mal, bei Stronghold gab es ja so Missionen immer. Und dann hast du halt auch immer so zusammen, boah, Bruder, bau das mal so hin und so. Du hast ja immer so Taktiken gemacht und so versucht, dieses Level zu knacken. Oder bei einem anderen Kollegen haben wir immer so Command & Conquer gespielt oder so. Also es war einfach nur geil. Wir waren ja bei diesem Pure Spa in Oberhausen. Boah, die Überleitung, holy shit. Und da gibt es halt auch so ein Hängebett. Ja. Und ich sag dir ehrlich... So eine Hängematte oder wie? Naja, es ist eigentlich ein Bett schon, so ein bisschen rund. Also richtig schon, also, nee, muss man sagen eher Bett. Also so Konstruktion, legt so eine Matratze drauf. Und die hängt aber an der Decke, so ein bisschen. Ah, so ein Ding. Okay, wie so eine, wie so eine, was man so im Garten hat, wie so eine, ähm... Hollywood-Schaukel? Aber ein sehr groß und ist ein Bett. Ja, oder wie so, wie so diese Daybeds von Trash-TV. Mhm. Nur es hängt und rund, so ein bisschen. Check. Und, ja, und das ist halt auch schon so eine Matratze von diesem Stoff, was man so abwischen kann. Weißt du, so Latex, so Gummi, so, so... Wo halt die Putzfrau reinkommen kann, wenn wieder einer zwei Stunden rumgefickt hat und dann einmal abwischst, so feucht alles durch. Und ich glaube, dass auch da sehr viel gebumst wird in die Videos. Ja, auf jeden Fall, Bro. Also ich würde da halt einfach hingehen, um dann zum Beispiel einfach da rum zu blubbern. Im Whirlpool ein bisschen rumblubbern. Du kannst dabei sogar Netflix schauen, dabei ist echt krass. Aber so vom Vibe her, glaube ich, gehen auch einfach so Geschäftsleute dahin, um mit einer Escort ein bisschen, einfach in einer nicen Atmosphäre ein bisschen zu bumsen. Weil du kannst da Essen bestellen, du kannst Trinken bestellen. Du kannst dir da schön vier Stunden einbuchen, Digga, weißt du, keiner stört dich. Ich finde die Vorstellung von einer Escort mega strange, Mann. Ja, ich auch, mega. Kann mir nichts freuen und sitzt gerade im Raum. Naja, keine Ahnung, so wie ist es wohl? Also es ist halt so die Neugierde, dass man sagt, wie fühlt sich das an? Ich frage mich halt... Fühlt sich das weird an so? Ist so... Also guck mal, ich habe halt irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt so in Puff gehen würde, dann fühlt sich das so ein bisschen... Dirty. Ist voll abwertend irgendwie, aber es ist gar nicht böse gemeint gegen irgendwie die Frauen oder die Leute, die da hingehen oder so. Aber für mich fühlt sich das dann immer so ein bisschen so dirty an, weil so die Frau hatte ja dann schon an dem Tag auch... Also ich habe jetzt kein Problem, wenn jetzt eine Frau einen hohen Bodycount hat oder so, aber an dem Tag hatte sie halt dann schon so sechs andere Dicks vor dir, basically. Ja. Und so obviel, es geht die Dusche und ne, bla bla bla. Geht die? Hoffentlich, eigentlich. Manche, ja. Aber so, das finde ich halt mega den strangen Gedanken, den würde ich nicht loswerden und ich glaube, ich könnte es nicht enjoyen. Genau. Und ich frage mich, ob das halt bei so einer Eskorta ist, ist ja dann so ein bisschen, so ein bisschen in... Boah, das klingt voll dumm, aber so ein bisschen edler, I guess. Ich habe gerade gefurzt. Stark. So viel zu edler. Ja, aber ich meine, das ist ja das Image, was die verkaufen wollen. Deswegen ist es ja, kann man ja so sagen, wie es ist. Die verkaufen das ja, ob es so ist dann am Ende, weiß ich nicht. Aber die verkaufen das ja halt auch wirklich so, kann man auch mal zum Beispiel auf ein Abendessen mitnehmen, so als Begleitung. Also es gibt ja dieses Escort-Ding, vielleicht ist aber auch nur so eine Ausrede, wo halt gesagt wird, ja, die bumsen eigentlich gar nicht. Das ist wirklich eher so Freundin-Frauen-Ersatz. Wollt irgendwelche Manager, irgendwelche Arzen, die halt einfach keine Ehe zustande kriegen, weil sie einfach den ganzen Tag, die ganze Nacht arbeiten, wo halt dann mal auf den Samstagabend sich mal eine buchen, die mit ihnen essen geht und sich ein bisschen für ihr Leben interessiert. Mal 24 Stunden lang, weißt du, so auf denen. Und das ist schon ein interessanter Ansatz. Dann gab es aber mal eine Doku drüber, über Escorts, die ich geschaut habe und die meinte, Digga, das ist alles Gelaber, jeder bumst. Also ja, es gibt es mit dem Abendessen, aber die bumsen danach dann trotzdem so. Es ist halt trotzdem einfach so ein Sex-Ding. Aber I mean, I don't know, man. Wenn man da ein bisschen lockerer eingestellt ist und sagt, ja, man möchte halt so ein bisschen, also der Charme von so einem Puff ist einem ein bisschen zu, sag ich mal, einfach oder so ein bisschen zu eklig oder so. Ja, auch wenn jeder wie er Bock hat. So meine ich das nicht. Ja, dann check ich aber, dass man sagt, dann bucht man sich jemanden und geht zum Beispiel ins Pure Spa. Ja, da würde ich dumm gehen. Ich glaube, das ist dann so das, wo dann sich in Berlin die Leute dachten, ey, wir kombinieren das beides und wir machen dieses, boah, wie heißt das an der Autobahn da? Oh, wo meine Tante dachten, dass sie werden kirchisches Restaurant. Ja, äh, ähm, nicht Olympus, Digga. Boah, Digga, wie heißt das denn? Dieser fette, der größte Puff Deutschlands. Ja, wie heißt der denn, Bro? Artemis. Artemis, Digga. Weil, hab ein Freund gesagt. Artemis, ja. Ja. Boah, das war so stark. Ich hab das so als Gag gebracht im Auto. Ich meinte so irgendwie an meinem Geburtstag oder an dem Geburtstag von meiner Tante oder so. Geh mal ins Artemis, ne? Geh mal ins Artemis und dann meinte meine Tante so, dass sie halt keine Lust hat. Auf griechisches Essen, Digga. So stark. Ja, obwohl vielleicht im Artemis gibt's wirklich ein geiles griechisches Buffet, man weiß es nicht, ne? So stark, Digga. Yes, genau, dann haben wir da ein bisschen abgeblubbert. Ey, nächstes Mal... Meinst du mit blubbern, dass ihr, also, ihr wart im Whirlpool, oder? Jo. Okay. Wir waren im Whirlpool. Okay. Es war wirklich geil, Mann. Wir hatten so zwei Stunden gebucht wegen einem Unfall, Stau, bla bla, hatten wir nur anderthalb Stunden. Es war ehrlich zu wenig. Ich sag, nächstes Mal direkt drei Stunden. Da rein. Ey, ich dachte so am Anfang, das ist viel zu viel Zeit, was soll man machen, die ganze Zeit. Aber allein einmal schön Sauna und raus, sind schon 15 Minuten weg. Und dann immer in Whirlpool bisschen, bisschen chillen auf denen. Mal ein bisschen in diese Dusche da. Dann haben die noch so eine Lampe, so infrarot, so schön alles warm. Macht der Gau, ist einfach nur geil gewesen, Mann. Und dann sind wir halt abends losgegangen, bisschen eins saufen. Und da kommst du jetzt ins Spiel, Kevin. Ach schon, das war derselbe Abend? Ja? Ja, stimmt. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben, also erstmal hast du eine Bar gemietet, die dann keinen Platz für uns hatte. Richtig. Also ich hab, ja. Ja, oder du hast so mäßig gesagt, wir kommen, aber dann hatten die keinen Platz. Dann sind wir in eine andere Bar. Ja. Da hatten wir eigentlich eigentlich auch keinen Platz, wenn man ehrlich ist. Die haben einfach Leute weggeschickt. Ja, das war so richtig auf Krampf. Dann haben wir ein bisschen gesoffen und dann sind wir rüber ins Mackie's. Oh, und da fängt es wirklich an. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, da fehlt jetzt einfach eine Kamera. Wir können auch kurz was löschen und cutten hier. Hey Freunde, wir hatten einen kleinen Mini-Cut, weil die Batterie leer war von der Kamera. Wir hatten Kobalt in der Leitung. Ja, auf jeden Fall waren wir im Mackie's in unserer, ich war da tatsächlich zum ersten Mal, aber ich weiß, dass in unserer Friend-Group schon Leute voll oft da waren. Das ist so eine Karaoke-Bahn, ne? Es ist ganz eine wilde Mischung, Karaoke, ne Gay-Bar ist es auch. Es ist ne Bar, in der wirklich mit der Mische nicht gegeizt wird. Ja, weißt du, was mein Favorite-Moment vom ganzen Abend war? Es ist ja wirklich auch so ein bisschen, wie du meintest, so ne Gay-Bar, ne Trans-Bar irgendwie auch, glaube ich. Ja, alles so. Friendly. Ja, mega, mega, mega nice auch. Sehr gute Stimmung, alle Leute waren da eigentlich übelst nett, bis auf dieser eine Typ, können wir gleich noch erzählen. Oh, stimmt. Aber was mein Favorite-Moment war, mein Favorite-Moment, es kam dann irgendwann so gegen, naja, ein Uhr, ein Uhr oder so, kamen dann so zwei Atzen rein und die hatten so Hundemasken auf. Jo. Das ist ja so ein Fetisch, dass man so diese Hundemasken auf hat. Ja. Und ich weiß noch, Sandy war so irgendwie, Sandy war sehr betrunken halt auch. Wir hatten Sandy dabei halt, ne. Und Sandy war so, alle waren so draußen, aber Sandy war so irgendwie alleine drinnen. Und ich kam dann so rein und hab dann so auf die Tanz oder auf diesen einen Raum da geguckt. Und dann hab ich nur so gesehen, wie da so dieser eine geil mit dieser Hundemaske stand und Sandy. Und Sandy hat ihn so richtig so verwirrt angeguckt, als hätte Sandy das nicht so verstanden, was da so gerade abgeht. Und hat dann so richtig komisch so langsam zu mir rüber geschwenkt und so ein fragendes Gesicht mir so entgegengeworfen. Weißt du, was sie gefragt hat? Ne. Sie kam dann nämlich raus. Haben die geredet? Ja. Sie meinte dann, Leute, ich hab mich so blamiert, ich sag, was ist los? Sie sagt, ja, da ist ja der eine Typ mit der Maske. Ich sag, ja. Sagt sie, ja, ich hab zu dem gesagt, Karneval ist erst in einer Woche. Oh mein Gott. Sie dachte, das ist eine Karnevalsverkleidung. Und dann meinte sie so, Elfte, Elfte ist doch erst in einer Woche. Und dann war das so ein Punkt, wo ich so dachte, Bro, war das jetzt, es hat sich so für Gag gemacht, diese Story? Oder, aber das muss man doch mal gesehen haben, wenn man in Köln lebt. Also, muss man doch mal. Ja, es gibt auch diese Gay Street. Ja, also da, ich war, als ich in Köln gewohnt hab, das erste Wochenende, danach waren wir da feiern. Und da siehst du Leute nur mit so Sachen. Ja. Keine Ahnung, Sandy anscheinend nicht. Sandy hat auch eine Unterhaltung mit einer aus Israel dann geführt, später noch draußen, nur auf Englisch. Weil es ist der Twist an der Sache, Sandy kann basically kein Englisch. Aber trotzdem haben die sich irgendwie verständigen können, das war geil. Ja, aber da ist so viel passiert an diesem Abend, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ja, das Beste war, das Beste war auch, also nach diesem Hunde-Moment, so ein paar Minuten danach, standen wir halt draußen. Und Sandy hat sich halt mit dieser Israelin unterhalten. Ja. Ich hab das Ganze halt gefilmt, weil ich halt Philo, Philo meinte so, er ist nicht voll. Dann meinte ich so, ja okay, ich mach die Kamera an und du, wir machen ein paar Tests. Bro, der war so Abschluss, ja. Ich dachte so, okay, es gibt ein Funny Bit dann, weißt du? Ja. So, und dann hab ich so, wir haben nur so zwei Wettsätze gewechselt. Auf einmal kommt so diese Israelin ins Bild und sagt so, why are you filming? Oder irgendwie so. Ja, why are you filming, ja. Dann hat Sandy so angefangen mit der zu sprechen und so und wir haben halt Funny Stuff gefilmt. Ganz lustig, ne? Auf einmal, ich mach Kamera aus, wirklich in dem Moment, wo ich Kamera ausmache, ich mach die Kamera runter an meine Hüfte, wo ich die einfach gehalten hab mit der Hand, kommt so ein Typ aus so einer Gruppe, die neben uns stand und ich dachte, mein erster Gedanke war halt, okay, das ist jetzt auch einer von den israelischen Leuten. Dachte ich auch, ja. Und das ist jetzt irgendwie ihr Homie oder so und der will nicht gefilmt werden. Und sagt uns jetzt so mäßig, ey, warum filmt ihr so? Doch, ich dachte im ersten Moment, wo der kam, so, der will vielleicht mitquatschen oder will irgendwie seine Freunde, der kam erst mal so rüber irgendwie. Genau, genau. Also mein erster Gedanke war so, er will nicht, dass wir ihn filmen. Dann meinte ich so, oh, we're not filming you oder so. Irgendwie so ein Chill, hab ich gesagt. Ja, ja. Und dann kam der so langsam hin und dann meinte der so, hm, ist nicht so chillig, ist nicht so chillig, wa? Und ich so. Wenn dir jemand eine Kamera ins Gesicht hält, irgendwie so. Ja, und ich dachte so, das ist so, wie so, wenn jetzt bei wenn Marc Eggers Film geht, wenn dann so manchmal so Leute ins Bild springen und irgendeine dumme Scheiße lammern. Ich dachte, der wollte auch irgendwas Lustiges für den Vlogger sagen. Ja, ja, ja. Und dann hat der mich aber immer weiter weggedrängt und wurde so richtig aggressiv, so irgendwie. Und dann meinte ich so, ey, wir wollen gar keinen Stress, so, wir haben nur hier grad ein lustiges Ding gefilmt, so, wir haben dich nicht gefilmt, wir haben dich nicht drinnen. Und dann so, ja, irgendwie auf einmal machen alle hier auf krass, seitdem hier die Kamera an ist und so, mega strange. Und dann wollte der mich schlagen und dann Miguel, mein Kameraguy, Digga, war aber auch schon ready, Digga, war ready. Digga, der war wirklich, der Junge, da war die Faust im Kanonenrohr schon am Start, Digga. Also hätte der mir einen Punch gegeben, hätte der Typ, der mich geschlagen hat, wirklich 0,1 Millisekunden danach auch einen Punch kassiert, Digga. Der hätte keine Chance gehabt, der war auch schon, der war so, der war so drauf auf allen möglichen Drogen und so besoffen und alles. Ganz komisch, ganz komisch. Der wirkte auch nicht betrunken, der war einfach so, ich glaub, der war drauf. Ja, der war auf irgendwas anderem. Der hatte auch richtig große Pupillen und so. Ja? Ja, ja. Okay, krass. Also er kam halt einmal her und dann hab ich gesagt, Digga, was willst du denn, verpiss dich mal jetzt. Ja. Ja, so, geh weg. Und dann ist er ja so kurz gegangen und dann dachte ich so, okay, wäre, also wäre natürlich jetzt stressig, wenn eine Schlägerie ausbricht, aber irgendwie auch ein bisschen so. Ja, hat man gemerkt, weil er ist dann weggegangen und dann meintest du, weil die Situation hat sich gerade beruhigt, ja. Alle waren so, okay, entschuldig, entschuldig. Dann hast du so hinterhergerufen. Ja, besser ist auch, weil er ist Boxer und du zeigst so auf mich, Digga. Und ich steh da so auf übelst Schiss, Digga. Und der mir so, Pro, halt mal die Fresse, Alter. Ja, stimmt, aber du hättest den doch, hättest du Sparring mit dem machen können, Digga. Yo, ach so. Ne, Mann, das fand ich aber witzig. Ich dachte, vielleicht können wir den ein bisschen provozieren oder so, aber natürlich hab ich der Schlichtung der Situation direkt beigetragen. Nein, null, Digga, null. Nein, dann kam er nochmal her und dann dachte ich so, okay, weil man hat so gemerkt, Miguel und ich aus der Gruppe haben Bock auf eine Schlägerei. Ich kann ich nicht empfehlen, sollte man nicht haben, aber als wir so betrunken waren, wir dachten so, weil alle haben immer so gesagt, tu den weg. Und auch zum Beispiel Lena, unsere Managerin, war ja auch da und die hat wirklich voll Sorge, so immer wenn der rein und raus ging, ey Leute, wir müssen den Cabin hier weg schaffen, der Typ kommt. Ich sag, boah, lass den mal kommen. Lass den mal kommen, mal gucken. Bruder, der ist einer, wir waren alleine, sieben Männer oder sowas und noch die ganzen Frauen auch noch. Was hättet ihr denn machen wollen? Jeder hätte einen Arm, ein Bein geschnappt, wir hätten ihn weggetragen auf Polizeistation. Bro, ich dachte halt so, guck mal, was ich halt so dachte, ist so, der hatte so die Energy, dass der sich auch so in der Karaoke-Bar so durchwühlen würde und dann so in unsere Gruppenmenge, weißt du, wir standen ja immer so mit fünf, sechs Leuten so, dass er so in unsere Gruppenmenge so reinkommt und mir so einen Punch gibt, dann kriegt er zwar von allen anderen vier aufs Maul, aber einfach nur, um mir einen Punch kurz zu geben. Ja, du hast dann halt kassiert den Punch, ne? Ja genau, und ich hätte halt den Punch, den ersten hätte ich, ich wäre der Sündenbock gewesen, der Tank, der am Anfang den Punch nimmt, weißt du? Ich hab halt was organisiert in der Bar, das hast du nicht mitbekommen, glaube ich. Es gab nämlich an dem Abend einen Guy, der mein Doppelgänger war. Liebe Grüße an Gino. Ja. Ja, der hast du gesagt, das ist der Doppelgänger und so. Ich finde bis heute nicht, dass wir uns eben zahlen. Bro, der sah genauso aus wie du, der hätte selbst, der hätte, der hat auch so Jack und Jones getragen und Hose von Zahra. Bruder, ich hab noch nie Jack und Jones getragen, weil gar nicht die meine Größe machen. Achso, okay, gut. Aber der war nochmal doppelt so breit wie ich irgendwie, der Typ. Auf jeden Fall, Gino war die ganze Zeit so am Start, meinte so, ey, ich kenn dich zwar nicht, aber so, wir sind Doppelgänger und so, wir machen uns das Ding und dann hab ich mit ihm so immer so gelabert. Und dann, als die Situation so ernst war, als wir wieder drin waren in der Bar und der Typ auch drin war, hab ich zu Gino gesagt, hör zu, Bruder, du stellst dich jetzt einfach da so mäßig da vorne hin, pass ein bisschen auf, wenn der Typ so kommen will, du machst jetzt Bodyguard. Und Gino hat gesagt, kein Problem, mach ich, ne? Und dann stand er immer an dieser Ecke, an diesem Durchgang und hat halt geguckt und ich hab halt gesagt, wenn der kommt, nimm den direkt, tackl den um oder so. Gino, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Boah, das wusste ich gar nicht. Das war geil, doch, alles war organisiert da drin. Ich hab ein bisschen gehofft, dass der ausrastet. Organisierte Kriminalität, Junge. Wir hätten den so rausgetackelt, da noch ein, bap, bap, ein, zwei, Digga, und dann schön raus mit dem. Ich hab auch, der, der hat auch noch auf den Türsteher ein Glas geschmissen. Nein! So, und dann hab ich... Holy shit, wirklich, der Typ, der mich angegriffen hat oder angegriffen wollte. Da war der kurz draußen, also als er noch draußen war, hat der auf den Türsteher, Digga, der war so druff, hat der ein Glas geschmissen und, äh, und dann, einer von den DJs oder von den Leuten, die da arbeiten, die kennen uns ja so ein, so halt von YouTube und so, und, äh, der kam auch zu uns und meinte so, ey, so und so, und der hat auch schon das Glas geschmissen. Sag ich, Bruder, wie kann der denn nach dieser Aktion und noch nach dem Glas schmeißen nicht rausfliegen direkt bei euch? Und dann sagt der so, ja, keiner hat gesehen, keine Zeugen. Sag ich, aber wenn mein Türsteher, wenn ich einen Laden hab oder arbeite und mein Türsteher sagt, ich wurde mit dem Glas abgeworfen und überall sind Scherben, also obviously ist es passiert, dann schmeißt den doch raus, egal ob Zeugen haben oder nicht. Ja, gut, scheiß drauf. Der wurde auch rausgeschmissen. Am Ende dann, ja. Aber das Ding ist, mir wurde gesagt, der wurde rausgeschmissen und eine Stunde später war der wieder drinne. Ja, das ist läsch. Und dann dachte ich so, oh, Junge, jetzt ist es ein bisschen skass hier. Ein bisschen läsch die Tür da gehalten, leider. Aber das war auf jeden Fall, das war richtig krass, Schlägerei mit so einem Trophiedegger, weil du die Kamera am Start hattest. Boah, ich hab mich auch ein bisschen... Hattest du Schiss? Nein, Bruder, sag nicht. Naja, Schiss ist irgendwie das... Ich hab, das ist das Gefühl, was ich am meisten gefühlt hab und ich schäbe mich fast schon dafür, ich hab mich am meisten geärgert, dass ich das nicht gefilmt hab. Ich dachte so, Bro, das wäre ein Banger-Vlog-Bit gewesen. Hätte ich das gefilmt, Digga, wie der mich angreift. Jo, das stimmt. Wie der so gekommen wäre. Meinst du, ey, fühlst du dich krass mit der Kamera und so? Ey, also wenn der Vlog rauskommt, Leute, kann ich euch ehrlich sagen, zieht euch den wirklich rein. Du hast mir schon so einen Raw-Cut gezeigt. Ich hab mich zwei Minuten lang in die Hose geschissen vor Lachen, Digga, so geil. Auch was Dave war auch noch da dann am Ende und so. Ja, das war sehr witzig. Es war richtig funny. Wir haben noch irgendwie einen Typ noch sein Auto angeschoben. Es war einfach nur noch geil, was passiert ist. Es war so ein klassischer Abend von, wir gehen einfach los, was saufen, Karaoke war. Aber es passiert so viel, Bro. Ja, Mann. Es ist so viel passiert. Es war so lustig. Ja, das ist geil. Ja. Und wir waren gar nicht mal so lange. Wir waren irgendwie zwei Uhr oder so, sind wir reingehauen. Bro. Wir haben so viel erlebt in diesen vier Stunden. Ich war zwei Uhr zu Hause und ich war fertig. Aber das ist bei Mackies immer. Du trinkst eine Mische, du rufst deinen Uber nach Hause. So, du kannst nicht mehr. Fertig, Körper sagt Ende, ja. Digga, das hat auch den ganzen Abend immer gesagt, dass die so, also die Mischen sind da sehr, sehr stark anscheinend. Gestern ging es aber. Ja, ich habe nicht mitgetrunken. Aber so anscheinend machen die so 50 Prozent Whisky rein und dann nur so ein bisschen Cola, damit es so die Farbe gibt und dann ist es so der Drink. Die machen 90 Prozent Whisky oder so. Wirklich beim Long Island Iced Tea da ist wirklich das komplette Glas Alkohol. Ich habe das wirklich gesehen zu der Gamescom-Zeit, als ich da war. Komplettes Glas ist fast bis so vier Millimeter unterm Rand ist es Alkohol. No, no joke. Und dann kommt halt so ein Schuss Cola, dass quasi das Getränk so oben mit dem Glas flach ist, aber es hat wirklich nur so ein Bup, Bup, Cola. Die Farbe kommt nicht mal bis ganz unten von der Cola. Es ist nur Alkohol. Du trinkst es, du machst bei jedem Schluck so. Aber du hast noch 8,50 Euro dafür gepayt und du willst auch einfach besoffen werden. Ja, und du weißt, was du kriegst. So, Digga, die könnten da halt auch direkt Kerosin ausschenken und die Leute würden sagen, ja, normal, es schmeckt wie immer. Kein Unterschied, Digga, ja. Tank mir ab, Daddy-Seite, ja. Gib mir ein bisschen Flugzeugsprit hier, Alter. Nee, aber ich muss sagen, alles in allem war es, auch wenn erst ein bisschen da Palaver war, dass wir keinen Platz in der anderen Bar bekommen haben und ich dachte, oh Gott, jetzt stehen dir gleich 20 Leute und wir haben keinen Platz in irgendeiner Bar, ne. Aber es ist am Ende noch so ein geiler Geburtstag geworden. Also war es ein Geburtstag, wie du ihn dir vorgestellt hast? War wirklich einfach nice. Es ist so alle Leute, die ich so mag, waren am Start, so aus Köln hier. Und Henke. Henke war leider auch da, ja. Henke plus eins war da, kann man ja auch mal liegen, ne. Können wir das liegen? Können wir das liegen? Ja, sag mal einfach, sag mal. Okay, sag mal einfach, Henke war mit einem plus eins da. Mit einer plus eins, muss man mal Henke vielleicht dazu sagen. Ihr habt es hier zuerst gehört, Freunde. Liegt das jetzt richtig, richtig. In eurem Gossip-Edel-Talk. Frag die mal im Chat, was da los war. Sogar, ich glaube, da warst du schon weg, sogar Philippe kam am Ende noch rum. Oder vielleicht hast du ihn noch kurz gesehen, weiß ich nicht. Philippe und Adi kamen noch rum. Bro, wir waren bis zum Ende zusammen unterwegs. Du bist doch reingehauen irgendwann. Bro, ich bin eine Minute vor euch reingehauen. Wir sind am Ende noch Döner-Essen gegangen. Hast du Philippe noch gesehen? Natürlich. Und Adi auch. Philippe und Adi waren auf jeden Fall da. Der Insektenmann. Richtig. Und die hold ich ja close zu meinem Herz. Leider war Falko nicht da aus dem Haus damals. Rob war da. Sandy war da. Leider der Robin hier aus dem Büro war nicht da. Weil Robin und Nick, das hier aus dem Büro ist, sind meine liebsten Saufkumpanen immer. Das ist immer funny mit denen. Da waren auf jeden Fall alles geile Menschen da. Das hat mich sehr, sehr gefreut. War ein geiler Geburtstag. Daumen nach oben. 5,5 Sterne. Super Ebay. Gerne wieder. Okay, chillig. Huh. Boah, ich überlege gerade, was ging bei mir ab? Was habe ich erlebt? Was habe ich erlebt? Hast du irgendwas gemacht? Weiß ich nicht, Bro. Wir waren in Hamburg, wir waren in Berlin. Ich habe mir eine Auszeit gegönnt, so ein bisschen. Hashtag Auszeit, Hashtag Australier. Ich habe mir eine Woche nicht vloggen gegönnt. Was gar nicht stimmt, weil ich habe irgendwie drei Tage davon gevloggt. Aber ich bin mit so einem Mindset reingegangen. Okay, hey. Weil das Ding ist, aktuell bin ich so ein bisschen am strugglen, wie ich so die Videos mache. Du bist ja immer an der Quelle, Digga. Natürlich. Du kriegst immer die vier Minuten Sprachnotizen mit. Hey Dominik, alles ist scheiße, gerade kann wer reden. Bruder. Herr Fahle, das sind halt immer so Sachen, ich höre das nicht mehr an und ich versuche dann irgendwie zu helfen, eine Lösung zu finden. Aber das ist unmöglich. Ja, also damit kurz die Zuschauer checken, worum es überhaupt geht. Ich glaube, die wissen das schon eigentlich. Ich hoffe, wie du im Stream drüber redest. Ich habe im Stream ein bisschen drüber gesprochen. Auch nicht so viel. Aber im Grunde so bin ich so nicht 100% safe, welchen Style-Vlog ich irgendwie machen möchte. Ich habe ja so verschiedene ausprobiert. Am Anfang mehr so ein David Dobrik-mäßiges, dann so eher in so eine Logan Paul-Richtung. Also diese 2022 oder ich glaube 2020 Logan Paul-Vlogs. Nicht 2022 auf jeden Fall. Dann am Ende habe ich so ein bisschen auch angefangen, Danny Duncan zu gucken, der so ein bisschen längere Vlogs macht, wo auch mal, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ein bisschen uninteressantere Sachen oder vielleicht auch langweiligere Sachen, sage ich mal. Langweilig ist vielleicht das falsche Wort. Aber nicht jetzt nur so ein Highlight, sondern ein bisschen mehr Luft. Bei einem David Dobrik-Vlog hast du 4 Minuten 20 geballte Action-Ballerei. Dumm einfach, alle drei Sekunden gefühlt einen Cut. Und dann, genau, bei diesem Danny Duncan hast du halt 18 Minuten Vlogs teilweise zu einem Thema, so blöd gesagt. Und das alles hat mich halt so influenced, dass ich halt immer was Neues ausprobiert habe und dass ich aber am Ende irgendwie so, ich habe jetzt so 4 Styles, die ich feiere und ich weiß irgendwie nicht so ganz wohin damit. Und das ist was, was mich übelst, übelst krass stresst. Und keine Ahnung, ich will einfach wirklich die geilsten Videos überhaupt machen. Und mit denen ich, also das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich kann jeden Style davon gut umsetzen und am Ende ist alles davon ein gutes Video. Aber ich muss jetzt quasi rausfinden, was macht mir am meisten Spaß und stresst mich am wenigsten. Und ist für mich auch beim Produzieren, beim Film am spaßigsten, weißt du? Ja, ja. Und ich glaube, dass es nicht so hilfreich ist, wenn ich halt so direkt in das nächste Ding jumpe und dann das ausprobiere. Sondern deswegen habe ich halt so gesagt, jo, ich mache jetzt mal eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen, mache ich einfach mal nichts, weißt du? Ich gucke einfach mal, vielleicht entsteht irgendwas, Digga, vielleicht entsteht nichts, keine Ahnung. Ich chill, ich lege es nicht drauf an und so. Und ich merke auf jeden Fall, dass mir das Übelst gut tut. Also ich bin trotzdem viel am Stuff machen, irgendwie streamen oder so oder, keine Ahnung, irgendwie Minecraft-Videos aufnehmen oder so, habe ich jetzt wieder angefangen, finally. Gott, mein Gott. Können endlich diese Kommentare aufhören dann. Ja, oh mein Gott, die sind so nervig. Bitte, wirklich. Ja, ich hasse die. Aber ja, also, I don't know, das ist so das, wo ich gerade bin. Ich bin, also. So eine Findungsphase, immer wieder. Es ist die YouTube-mäßig stressste Phase, die ich bis jetzt hatte, hundertprozentig, gekoppelt mit, ich mache dieses Box-Ding. Also ich bin gerade sechs Tage die Woche beim Boxen, Bro. Ich war irgendwie vorgestern oder wann das war, war ich mit Rob boxen. Das war an deinem Geburtstag, Digga. An deinem Geburtstag war ich mit Rob sparring machen. Yo. Der hat mir noch so eine übelste Bombe gedrückt, Digga. Seitdem habe ich Kopfschmerzen. Yo, chillig. Fuck. So, also ich bin, ich bin, ich will gar nicht rummeckern hier so, aber ich bin wirklich gerade übertrieben gestresst, weil ich halt mir so verkopft, ich bin so verkopft, Digga. Ich mache mir so krass Gedanken darüber, dass alles perfekt sein muss und bla, bla, bla. Und dann on top habe ich halt immer noch diese drei, vier Stunden Training, die mich komplett knocken. Also das ist wirklich gerade so von früh bis abends ist jeder Tag so Stress gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, Digga, ey, so bevor ich jetzt hier irgendwie noch hops gehe, Alter, mache ich mal so ein bis zwei Wochen einfach chillig. Und heute habe ich einfach nur Overwatch gespielt den ganzen Tag. Oh, muss doch auch mal sein so. Und manchmal hilft es auch halt einfach mal einen Schritt irgendwie zurückzugehen oder mal ein bisschen den Druck aus der Sache rauszunehmen, um einfach vielleicht ein bisschen zu merken und zu spüren selber mal, was macht mir eigentlich Spaß, was nicht und so. Also weil wenn du halt voll in diesem 1000 kmh Wirbelsturm die ganze Zeit bist, dann kannst natürlich sagen, hey, vielleicht soll ich was an, aber du merkst nicht mal. Manchmal so, take a step back, look at yourself, man, and see how you, das ist so eine geile Line von irgendwas, ich weiß nicht aus welchem Song das ist, da sagt er so. Oh my God, da sagt er so, das ist von Blue Notes von Meek Mill. Ja, 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 ja. Take yourself outside your body and look at yourself. Ja, and, 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 der sagt irgendwie so. And see how you played yourself, N-Bomb. N-Bomb, ja, genau. So, nehm mal einen Schritt zurück und also ich hoffe, dass du dich nicht selber playst, Bruder. Wir bleiben treu hier. Aber ich finde es auf jeden Fall so gut und du wirkst Gott sei Dank wieder ein bisschen entspannter. Ich habe auch so vor einer Woche zu dir gesagt, Bruder, ist eigentlich so alles mäßig gut bei dir, weil ich spüre das immer, wenn es so komisch wird. Ja, Bro, ich habe, Bro, ich habe, boah, ich weiß nicht, ob, boah, ich, es gab diesen einen Tag, du weißt, welchen Tag vielleicht ich meine, wo ich so richtig down war. War als wir in Berlin, Mann? Ne, ne, da habe ich Sprachnotizen geschickt an dich. Oh ja. Richtig viel. Bro, ich habe, ich weiß nicht, ob mir das rausgehört, aber ich musste mich bei diesen Sprachnotizen so krass zusammenreißen, dass ich nicht weine. Habe ich gemerkt. Und als ich diese Sprachnotizen, ich habe diese, was war das, eine 4-Minuten-Sprachnotiz? War lange. Ich habe die abgesehen und denke, ich habe angefangen zu weinen einfach. Ach, scheiße, Mann. Ja, es ist wieder so diese Phase, weißt du, und dann dachte ich so, ich hatte das schon mal oder schon mehrmals bei Streaming, dass ich so dachte, fuck, Mann, so, die letzten drei Streams waren scheiße, Alter, du bist, du bist so, du bist der Versager, du bist der Stehtest Detainer auf Erden, so. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich nie wieder an diesen Punkt komme, weil, also so, keine Ahnung, ich versuche mir irgendwie mal selber aufzurufen, so, guck mal, ich habe jetzt acht Jahre so dumm durchgehustelt und mir irgendwie so einen Namen gemacht und so, Leute kennen mich und whatever. Und eigentlich alles, was ich mache, funktioniert halt, ich könnte wahrscheinlich die übelste Scheiße hochladen und es würde trotzdem wahrscheinlich 80.000, 100.000 Views bekommen, you know? So, auf dem Level bin ich, was übelst geil ist und ich habe auch genügend Geld beiseite gepackt, dass ich, ich muss es nicht mehr machen, so, ich muss, ich will mich nicht mehr so kaputt machen, weißt du? Und deswegen, ja. Drum, dass du halt wieder so ein bisschen an diesem Punkt gerade so kratzt da, ja? Ja, genau und das fuckt mich einfach nur ab, Digga, weil ich will einfach nur funny Videos mit meinen Freunden machen und nicht dran kaputt gehen irgendwie, weil ich jetzt irgendwie einen viralen Hit nach dem anderen rausballern will und dann irgendwie, ach, keine Ahnung. Ja, diese Scheißperfektion, dieses Scheiß nicht mit sich selber zufrieden sein, sich nur über die Leistung zu messen, das ist halt das alte Thema, Digga, das ist halt auch so ein Thema, wo man, wo man therapiemäßig ran muss, wo ja bei uns gerade halt so, nicht aus unserer Schuld, aber ja auch gerade ein Stopp ist. Es ist gar nicht mal so, dass ich jetzt mir so denke, das, was ich mache, ist gerade scheiße oder so, sondern es ist mehr so, das, was ich mache, gerade finde ich gut. Ich mag alle Videos, die wir hochgeladen haben, sonst hätte ich sie nicht hochgeladen, weißt du? Ich bin auch damit zufrieden, dass die jetzt nicht, nicht jedes Video muss eine 10 aus 10 sein, weißt du? Ich meine, das ist auch cool, wenn mal ein Video eine 7 aus 10 ist oder eine 8 aus 10 oder so. Eine 1 von 10 meinst du? Ne, ich meine von der Quali. Achso, ja. Das ist, äh. Ja. So, this is all good, das ist mehr so, es ist glaube ich so ein Struggle, wo jeder YouTuber oder Streamer at some point irgendwann mal ist, wo man so, ich habe so 8 Jahre irgendwas durchgehustelt und ich hatte immer diese Linie von Streaming, Streaming, Streaming und es war immer Streaming. Ich wusste, dass, egal was ich mache, es ist immer dieses Streaming-Ding und dann irgendwann kommst du in so ein, machst du so kurz Pause mit diesem Grind, du pausierst den Grind und dann kommst du in so eine Struggle-Phase, weißt du? Und in der befinde ich mich halt immer noch einfach, so. Und, äh, man muss auch einfach sagen, YouTube ist nicht easy, Digga. YouTube-Videos zu machen ist fucking hart, Mann. Ja. Ich denke doch keiner. Ja. Ich glaube tatsächlich, bei YouTube checken es die Leute eher noch den Struggle als bei so Streamern. Bei Streamern denkt man eher noch, ja, der sitzt halt da und zockt, ne, so. Ja. Ähm, ja. Aber es tut mir auf jeden Fall gut, Digga, ein bisschen Abstand zu nehmen. Besser ist. Äh, zu gucken erstmal, was will ich machen und so und, ah, I don't know, Mann. Ich hoffe, also mein, ich habe mir so vorgenommen, dass ich jetzt quasi so bis jetzt Ende des Jahres mich einfach auf diesen Boxfight konzentriere, ein bisschen gechillter das alles mache, so wie ich Bock habe und, ähm, dann habe nächstes Jahr hoffentlich so meine, meine Spur gefunden, weil, ich muss sagen, ich hätte schon nochmal Bock so in so eine Grind-Phase zu kommen. Ich würde nochmal gern so, so ein Jahr, zwei Jahre würde ich schon nochmal so richtig dumm gehen wollen, so, dass man so wirklich sagt, wir hustlen richtig rein und wir machen richtig viel und so, weißt du? Aber machst du das nicht ja jetzt auch jetzt schon, abgesehen von deiner Pause gerade? Ja, schon, aber es ist gerade so, ich, so, meine Energie geht halt gerade nicht so gebündelt in eine Richtung, sondern meine Energie geht halt in den Gaming-Channel, in den Podcast, in den Domo-Channel, äh, dann in die Videos. Aber dann auch so bei den Videos geht es dann so in so drei verschiedene Richtungen, weil ich da auch keinen Style habe, weißt du, wie ich meine? Und ich würde ganz gerne, so wie früher, da war es so, ich hatte eine gebündelte Energie, sag ich, also das klingt jetzt ein bisschen cringe, aber so gebündelte Energie in Richtung Streaming einfach und es ging nur um Streaming, also klar sind nebenbei Reactions entstanden oder YouTube-Videos für den Main-Channel oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, aber alles war Streaming und so, das war so diese Linie, die ich hatte, Streaming. Ja, du checkst es. Und ich will diese Linie haben. Ja. Ich will so, das alles drumrum soll drumrum sein und so, weißt du, ich, das soll wieder dieses, du checkst, was ich meine. Ja. Ja. Da will ich wieder hinkommen, das ist das Ziel für das nächste Jahr, Mann. Krass. Ich glaube auch, dass ich das hinbekomme, aber ich bin gerade auf jeden Fall in einem unfassbaren Struggle-Point. Aber was mir da immer übelst hilft, ist, sich immer aufzurufen, man war schon mal in so einem Punkt, man hat schon mal das durchgemacht und man hat es da wieder rausgeschafft und ich werde es da auch wieder rausschaffen, deswegen. Vala Vila, bravo. Wie ein Löwe gesprochen. Ja, Mann, das waren jetzt kurz die 15 Minuten, was geht in dem Kopf gerade ab? Ey, wichtig, nee, ist auch wichtig, da einfach dich mal so, dass auch die Leute schreiben, Dominik unterbricht ja, Kevin, immer habe ich dich einfach mal ein bisschen jetzt hier gelassen und so gehört, ja. Das mit dem Energie in alle Richtungen fühle ich, das fühle ich mich auch, die Letzten eigentlich so, seitdem ich meinen YouTube richtig mache. Und so fühle ich mich auch so, als würde ich so einfach so, man macht viel, aber es fühlt sich an wie so ein fucking Firecracker, weißt du, so diese Dinger, die so wuh, 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 machen. Und dann sind die vorbei. Ja, okay, das ist im schlechtesten Fall, aber so, der hat viel Energie und da kommt Feuer und es ist laut und knallt, aber er weiß nicht wohin irgendwie, weißt du, so. Ach so meinst du, so meinst du, okay. So, man macht viel und du bist arm, also es ist ja mit einem Faulenz nicht, aber du machst dies und das und dies und das, aber es ist nicht so, so, okay, let's go, sondern so ein, hier, 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 bam, 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 bam. Ja, genau so. Und am Ende ist es dann, bist du einfach nur einmal im Kreis gejumpt, so auf den, ne? Ja, so mäßig. Ich weiß gar nicht, ob der Zuschauer das so, so richtig so wahrnimmt, aber so bei mir fühlt sich das gerade so an, okay, guck mal, ich hab jetzt einen Gaming-Channel. So, da kommt dann manchmal so zehn Tage nichts, weißt du, aber ich lade auf allen anderen Channels übelst viel hoch, aber dann denkt sich doch der Gaming-Zuschauer, was ist das jetzt hier? Dann lade ich aber währenddessen bei dem Domo-Channel, bei meinem Zwei-Kanal hoch, so, dann kommt da aber auch mal fünf Tage nichts, weil ich dann wiederum bei Gaming hochlade oder beim Main-Channel, dann versuche ich irgendwie auch noch zu streamen nebenbei, Bro, dann machen wir diesen Podcast auch noch, dann, you know, also es ist so, dann haben wir auch noch, wir haben noch eine fucking Company, so, ne, die Condoms und so, da sind ja auch immer so Talks und so und dann, es geht super viel ab und irgendwie geht immer so, fünf Prozent von meiner Energie geht in so jede Richtung, weißt du, so, und das nervt mich unfassbar doll, Digga, und ich hoffe, ich kriege das alles so ein bisschen geordnet und, same, 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 ja man, bisschen so on point. Leute, aber ein bisschen Deep Talk muss sein, wenn wir vor allem diese Zweier-Folgen mal haben, so, da haben wir die Chance ja für sowas. Und die Empfehlung der Woche, brauchen wir auf jeden Fall auch noch, ähm, Digga, ich sag euch ehrlich, ich hau diesen Spa-Ding da raus. Gibt's auch in allen möglichen anderen Städten, gönnt euch das mal, Freundin oder man kann auch mit Kumpel oder so rein, ihr müsst ja nicht nackt sein, man könnte aber auch, wenn ihr Bock habt. Und einfach mal so ein bisschen schön Sauna, die ist Empfehlung, Baba. Äh, ich hab auch eine Empfehlung der Woche. Hau aus. Äh, und zwar war ich beim Dermatologen und weil ich, ich hab, an meinem Schwanz, hab ich so zwei so braune Stellen entdeckt, so Muttermale und ich wusste nicht ganz, ob ich die schon immer hatte, aber anscheinend hab ich die schon immer gehabt und die einfach noch nie entdeckt oder so. Ähm. Oh, das ist eine starke Empfehlung auch, ja. Ja, und dann dachte ich so, oh, fuck, Mann. Und dann hab ich halt so im, im Podcast von Bill und, äh, Tom, also von, äh, den Kaulitz Bros, äh, hab ich so gehört, dass die sich auch untersuchen lassen haben und dass bei denen sogar was gefunden wurde. Safe. Was Bösartiges. Oh. Und, äh, also ist nicht schlimm, das konnte man irgendwie rausschneiden bei denen auch so. Ja. Aber dann dachte ich so, fuck, Mann, Alter, ich sollte das auch mal machen, so. Ja. Äh, ich hab auch so Muttermale, so zwei Stück, die hab ich seit Geburt und so, weißt du? Ja, ja. Hab ich gemacht, Digga, der meinte, alles, job güzel. Weil, äh, das war auch das erste Mal, dass ich meinen Schwanz rausgeholt hab bei einem Arzt. Warst du zufrieden? Ja. Weil ich such, ich muss auch zu einem Hautarzt. Ja, Killer, Bruder. Ich hab so viele Muttermale und so und auch Sachen, wo ich angucke und so denk, ah, diese Kriterien mit so. Beste Mann, Digga. Ja? Beste Mann, Digga, mit Lupe, hab meinen Schwanz angeguckt, Digga, mit Lupe, damit man auch was sieht. Oh, ich spreiz meinen Arsch für, für, für den Arzt, ja, ich zeig alles. Arschpacken hab ich nicht gemacht. Hat er so ganzen Körper geguckt? Ganzen Körper, aber nicht Arschpacken. Boah, da kann drin was sein, Bruder. Ja, Bruder. Nächstes Mal Arsch aufmachen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Auch anbieten. Herr Doktor, möchten Sie in meinen Arsch nicht reingucken? Empfehlung der Woche, Arsch aufmachen, so. Naja, geht mal zum Hautarzt, Leute. Ist ehrlich wichtig. Ja, Mann, übelst, übelst. Hautkrebs, kann man vermeiden, geht hin, Kasse zahlt, ihr habt gutes Leben. Yes, sir. Vor allem, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut, Freunde, vielleicht dann mit dem Gast, weiß ich nicht genau, es wird auf jeden Fall wie immer geil. Lasst ein Like da, lasst eine Bewertung auf Spotify da, das freut uns immer übelst krass. Und ansonsten einfach weiter geil bleiben. Und abonniert den Kanal, wir sind auf dem Weg zu 40.000 Abonnenten, das wird wild. Boah, Edel Talkers out. Macht's gut, boys. Peace.